Herzlich Willkommen zu einem kurzen neuen Part. Auf meinem Kanal gibt es ab, also auf meinem zweiten Kanal gibt es ab Februar, ja doch, im Februar ein Let's Play, wo ich kein Commentary mache. Das heißt, es wird gezockt und das ist das. Und übrigens, das kommt nur am Wochenende, also Freitag. Ja, obwohl, je nachdem, ich muss gucken noch, also ich werde es am Wochenende abends aufnehmen, das heißt, es wird auch keine Cam da sein, es wird einfach nur gezockt. Gezockt, gezockt, gezockt und das war's. Das heißt, es wird nicht groß irgendwie, wie sag ich das, groß vorher gelabert und nicht irgendwie gesagt, ja jetzt fangen wir so langsam an wie so ein normales Stream, oder ein allgemeines Stream, sondern, ähm, ich starte das Spiel, also starte die Aufnahme, starte das Spiel, geht ins Spiel rein, leite das Spiel und starte. Das war's. Und dann irgendwann nach 30 Minuten, 20 Minuten, 25 Minuten, wird ein Schritt gemacht und der nächste Part wird aufgenommen. Ganz einfach. So einfach wird's gehen. Genau. Wir werden jetzt sehen, was ich meine. Warte rein, tschau, tschau. Jetzt.